Heute sprechen wir über die besten Heckenscheren. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Heckenscheren. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Der als universelles Modell für Sträucher, dicke Äste, Weizen und trockenes Holz lässt sich der Black & Decker GT 5560 Trimmer problemlos schneiden. Diese Heckenschere ist leistungsstärker und hat im Vergleich zu anderen Elektromodellen hervorragende Eigenschaften. Allerdings ist die Petroleum Heckenschere etwas kleiner. Dieses Gerät ist mit einem 550W Elektromotor ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen. Die Länge des Messers beträgt 60 cm und die Länge des Messers 25 mm. Nummer 4. Die Heckenschere von Gardner hilft Ihnen. Hecken, Büsche und kleine Bäume effektiv zu pflegen. Auch mit diesem Gerät benötigen Sie wenig Arbeit und Zeit. Das Gardner 0887720 ist ein kabelloses Gerät, das volle Mobilität und leichten Zugang zu schwierigen Regionen ermöglicht. Sie können den Hof auch leicht manövrieren. Das Modell ist sehr vibrationsarm und umweltfreundlich. Der 0887720 kann auch etwa eine Stunde lang verwendet werden. Für diese Zeit können Sie einfach an Sträuchern, Bäumchen und Hecken arbeiten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Bitte achten Sie jetzt auf das weltweit bekannte Bosch-Modell. Für andere Bosch-Heckenscheren ist die Bosch AAS 4516 das kompakteste Gerät. Dieses Gerät wurde entwickelt, um die Belastung von Rücken und Hand zu minimieren. Diese Anlage hat eine Schnittlänge von nur 450 mm. So schneiden Sie hohe und weniger dichte Hecken schnell und effizient. Dieser Trimmer hat eine Leistung von 420 W. Ohne Überhitzen kann der Motor konstant arbeiten. Dieses Gebäude ist geräuschlos und nahezu vibrationsfrei. Nummer 2. Der Makita Du 523Z ist das nächste Modell in unserer Bewertung. Dies ist ein großartiger, natürlicher Bildschirm der Einsamkeit, der aber gut gesucht werden muss. Kaufen Sie den Makita Du 523Z Hacktrimmer, damit Ihre Arbeit Spaß macht. In vielen Fällen gibt es verschiedene Vorteile. Es ist stark, ergonomisch und bequem. Es ist auch möglich zu sagen, dass dies ideal ist, um eine Hecke oder ein Braun zu schneiden. Dieses Modell arbeitet mit einer Batterie mit Strom 18V Spannung. Die Schnittlänge beträgt 520 mm. Es reicht aus, einen kleineren Bereich fokussiert und präzise zu schneiden. Und die Nummer 1 unserer Liste im Vergleich dazu ist das erste Modell, die Still HS45 Heckenschere, die sich hervorragend für den privaten oder gewerblichen Einsatz eignet. Dies ist ein leistungsstarker Schwanztrimmer, der mit Benzin betrieben wird. Jeder Gärtner erlebt volle Mobilität bei der Arbeit. In der Stillheckenschere ist ein 27 CM3 Benzinmutter verbaut und hat eine Leistung von 750 W. Das Schneidwerk misst 600 mm Schritt 30 mm. Das doppelseitige Messerschneidebrühen, belaubte Wände und Zweige perfekt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.